Willkommen zurück zu den Unexpected Quest und starten wir Kapitel 5. Kapitel 4 müssen wir nochmals wiederholen, dass wir auch noch Sterne haben. Ah, ich ziehe ein Stück. Oh nein, ich ziehe den Augekrippen. Ich mache das so viel, ich nehme das so viel. Und jetzt kommen Sie hier einen Teil. Ich werde das so viel zu tun. Ich werde das so viel zu tun. Ich werde das so viel zu tun, aber ich werde das so viel zu tun. Hauptaufgabe Ambers, Embers Boote. Begleite den Schiff den Fjord entlang und schiffe den Booten am nördlichen Pier. Der Unberührte früher zerstör alle feindlichen Mörser und feindlichen Eistürme. Wir wurden von ein paar Feindungstürmen beschossen. Unglaublich soll die Planung zeigen für den Reisemär. Nicht friedliche Reisende angreifen. Wir müssen uns mit dieser Situation fassen und dafür sorgen, dass das Schiff sicher passiert kann. Ein so heftiges Bobarnow wird das nicht überstehen. Das Licht sinkt bevor es einen Platz zum... Sollte Boote Aquare ist der Schiff. Sollte Boote Aquare steht und werben Sie die Streif. Sollte Boote! Ja, das ist auch ein Höchst, der Ball. Bye-bye. Zirak-Persion, stille Wasser, errichte eine Kaserne und sammle eine Bombe in der Nähe auf. Höre einen Schwerkämpfer an und lasse ihn den südlichen feindlichen Mörser zerstören. Wir haben einen Patrisen namens Otzrik in den Ruinen eines Küstendorfs getroffen. Er war in den Resten der Kaserne auf der Suche nach Waffen und Vorräten für seine Truppen. Während wir ihm halfen, erzählte er uns von den Ereignissen, die hier stattgefunden hatten. Alles hatte ein paar Wochen zuvor begonnen. Aus irgendeinem Grund waren die Orts von den Bergen herabgestiegen. Es gab eine Schlacht. Aber die Küstentürme griffen plötzlich und im ungünstigsten Zeitpunkt die Verteidiger an. Die Dörfer wurden zerstört, die Bewohner verloren in die Wälder. Jetzt versucht eine Gruppe von ein paar Tisanen herauszufinden, dass sich die Verteidigungsdürme zerstören lassen. Unglücklicherweise ist Sprengstoff die einzige flüssige Methode. Die Dörfer wurden zerstört, die Verteidigerung in den Bergen. Das ist ein Wälder, das ist ein Wälder. Das ist ein Wälder, das ist ein Wälder, das ist ein Wälder. 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 Das ist ein Wälder. ... 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 Ich habe ihn geteicht. Oh, hey, oh, hey! Oh, hey, oh, hey! Oh, hey, oh, hey! Um Leute anheizung, keine Musterheizung, was? In die Häuser. Musik 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 der zwei. Das war's für heute. 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 Amen. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020